Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist jetzt ja mittlerweile schon der 21. Tag. Und ja, viel gibt's nicht zu erzählen. Ich würde sagen, jede Worte wären sinnlos. Wir legen einfach los. Wir nehmen uns noch so ein Ding mit. Und Fackeln brauchen wir neue. Die werden wir uns gleich mal machen. Aber ansonsten können wir ja dann schon loslegen. Müsste reichen. Achso, die Kohle hab ich jetzt in der Kiste gelassen. Das macht nichts. Holen wir sie schnell raus. Zack. Boah, lorder Fenster. Egal. Zu viel. Egal. Lieber mehr ist zu wenig. So, was haben wir denn eigentlich im Ofen noch? Kohle. Da kann man noch etwas zulegen. So, so, so. Da können wir langsam Kohle ernten wieder. Äh, ja. Was nehmen wir jetzt mit? Die Hälfte der Fackeln lassen wir mal hier. Als Reserve. Und, ja, da können wir eigentlich schon runter gehen. Werden wir das auch mal machen. Das ist ein Schaf. Egal. Top, top. Halt. Oh. Hui, hui. Hier, zack. Wow, töten. Cut. Oh, hatten wir doch neulich Käs, ne? Hier unten, glaube ich. Wir wollten doch Käs jetzt mal armten. Hier, genau. Ah, schön. Haben wir ja sogar schon welche gefunden. Kies ist toll. Kies ist wundervoll. Hm, viel war's nicht. Aber besser wie nix. Immerhin fünf solche Feuersteine haben wir. Was denn du hier unten? Hast dir nix zu suchen. Raus mit dir. Raus. Na dann, ne. So. Hm, hm, hm. Trepp hoch. Da, 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 da. Was haben wir denn jetzt? Scharf. Ah, okay. Gehen wir wieder runter. Oh, braun ist scharf. Da man Kakaobohnen ja nur in diesen Dungeons findet, sollte man die braunen Schaufel schon mitnehmen, wenn man welche findet. Man weiß zwar nicht, wofür man die braune Wolle braucht, aber man muss sehen, für irgendwas wird man sie schon brauchen. Oh, so. Jetzt muss ich überlegen, wo wir wohnen. Ah, hier unten waren wir, glaub ich, genau. Und da sind wir da hergekommen, glaub ich, irgendwie. Äh, ja. Kann sein. Irgendwie so. Wir können aber auch hier lang, oder hier? Ne, hier oben sind wir, glaub ich, lang gegangen. Oh, Skelette. Zwölstück an der Zahl. Hups. Ah, die machen mir schon wieder Angst. Das Schlimme ist bei Schwerton, die eben so weg. Au, getroffen. Au, 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 au. Heiß. Heiß, ne, aber schmerzhaft. Stopp. 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 Schießen wir mal zurück, ja. Hier ist ja noch einer irgendwo. Wo ist der Faulhund? Jetzt hat er sich wehgetan. Aha. Hier können wir von hinten uns anschleichen. Au, da ist er. Au, 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 au. Das tat weh. Au, 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 au. Oder ist jetzt wieder der Faulhund? Feigling. Versteckt sich. Oh, ich bin doch nicht besser. Au, 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 au. Mein Misthund. Ja, sei ja. Aua, au, 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 au. Au. Jetzt wäre ich da drauf gegangen. Hilfe. Boah. Schwer hat's voll in sich, Leute. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt. Und da unten ist noch eins. Ui, da ist es runtergeplumpert. Boah. Da unten ist ein Creeper. Creeper! Ach, mein Kumpel kann das besser. Creeper! Na, genau so. So hat er das gemacht. Hier ist Kohle. Oh, wir dürfen die Beschilder nicht vergessen. Okay, noch gibt's ne Filze für Irm. Aber ich würd' sagen, wir gehen erst noch mal, obwohl hier unten war Eisen, das holen wir jetzt erst mal. Eisen, Eisen, Eisen. So. Und hier unten, ach, will ich's aber, das ist jetzt... Da ist nämlich das Creeper jetzt hier. Gut, ich hab's wieder das gekriegt. So. Gut, da gehen wir erst mal wieder hoch. Hier machen wir mal so'n Ding, sonst spawnt hier irgendwas. Hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Die Münchner Freiheit. Ach ne, die Minecraft-Freiheit. Hoi. Hoi. Sonne geht unter. Jetzt sind wir noch kurz ganz richtig hier hochgekommen. Ich will ja gar nicht mal ein Hündchen entdecken, aber ich finde keinen. Ich finde mal nie Hündchen. So, jetzt können wir mal das Eisen hier reinschmeißen. Jetzt lohnt es sich wenigstens. Und die haben ja noch mehr Eisen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir schon so viel Eisen haben. Wow. Eisen ist immer gut. Auf jeden Fall packen wir uns mal was Neues zu essen hier ein. Und essen auch gleich was. Pop. Na. Flup. So. Was machen wir jetzt? Oh, unsere Strang ist ja vollkommen damaged. Ich bin mir wundert, dass das mir so viel abzieht. Ne, so hier. Wow. Ich weiß nicht mehr, wie man Rüstung baut. Wow. So. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Und da können wir uns endlich wieder voll bekleiden. Da wird es jetzt nicht mehr so harte werden. So. Aber, wo ich das gerade sehe, dass uns das langsames Essen ausgeht, schlage ich vor, wir tun morgen und dann mal uns ein Gewächshaus bauen, ein kleines, ein süßes. Oh, ja. Ich überlege schon, ob wir vielleicht ein Gewächshaus im Keller bauen. Da haben wir was Interessantes. Unterirdisches Gewächshaus. Hehe. Ne. Erstmal den Tag zu Ende kommen lassen. Haben wir eigentlich in der Kiste noch Federn? Äh, ne. Gut. Ja, klar ist, haben wir noch. Aber auch sehr wenig, bloß. Aha. Das ist hoch. Was habe ich nicht? Ja, habe ich hier. Ach, ne, ist eine Angel. Oh, guck. Ja, ist eine Angel. Gut. Ja, da müssen wir morgen sehen, dass wir, äh, dass wir uns mal ein Gewächshaus bauen, weil das kann ja nicht so weitergehen. Wiederum wird mich diese Höhle auch reizen. Also seid ihr, Leute, wir haben sehr viel zu tun. Und ich bin ja noch Hammerfleisch. Also, noch geht's. Gut. Ja, da würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme. Ich danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.